...ebenfalls die Holzplaketten, die Holztafeln, die ihr mitgetragen habt, könnt ihr bei Bar abgeben. Alle Holztafeln vom Umzug bitte bei Bar abgeben. Jetzt zum Programm von heute am Nachmittag. Das dauert bis etwa um 5 Uhr. Da hat es verschiedene Gucken, was spielen. Aber es gibt natürlich auch unsere Prämierung mit extrem speziellen, wertvollen, schönen Preisen vom Detailhandel von Lando. Ihr werdet es dann sehen. Die Preise sind warm. Und dann nehmen wir noch 4 Rope Skipping Gruppen. Die Child Rope Skipping Gruppen. Kennt ihr das? Ich habe es nicht gekannt. Es sind Seilakrobate, halbprofessionelle, die hier in der Mitte des Platzes eine Vorstellung geben. 4 Uhr am Nachmittag. Wunderbar. Dann wäre es das 10 Moment für die Begrüssung. Und jetzt kommen wir schon die nächsten. Die Schlierener Dingsbums Kindergruppen. Komm, komm, Musik machen. Merci.